Ich bin Adem Yashare, geboren und aufgewachsen in Prekatz, einem kleinen Dorf im Kosovo. Ich war ein stolzer Albaner, Kommandant der Befreiungsarmee und Kämpfer für die Freiheit meines Volkes. Meine Geschichte ist geprägt von Mut und Entschlossenheit, aber auch von großem Verlust und Schmerz. Als die serbischen Kräfte unser Dorf angriffen, wusste ich, dass wir kämpfen müssen, um unsere Freiheit und unsere Gemeinschaft zu verteidigen. Ich sammelte meinen Bruder, meinen Vater und meinen Onkel um mich und wir kämpften tapfer gegen die serbischen Soldaten. Obwohl wir uns in der Unterzahl befanden und wenig Waffen hatten, zeigten wir ihnen, dass wir für unsere Überzeugungen und unsere Freiheit kämpfen werden, egal was passiert. Während der 36-stündigen Belagerung unseres Hauses haben wir hunderte serbische Soldaten getötet und gezeigt, dass wir nicht aufgeben werden. Aber trotz unseres Mutes und unserer Entschlossenheit wurden meine Familie und viele meiner Freunde auf barbarische Art und Weise getötet. Aber ich gab nicht auf. Als Kommandant der Befreiungsarmee wusste ich, dass ich ein Vorbild für jeden Albaner sein musste. Zusammen mit meinem Bruder, meinem Vater und meinem Onkel kämpften wir tapfer gegen die serbischen Soldaten und trafen viele von ihnen. Wir waren bereit, unser Leben zu opfern, um unsere Gemeinschaft zu schützen. Heute werde ich von vielen als Held und Vorbild für jeden Albaner geehrt. Obwohl ich nicht mehr unter uns bin, lebt mein Vermächtnis in der Erinnerung und im Herzen meines Volkes weiter. Ich bin stolz darauf, dass ich als Kommandant der Befreiungsarmee aufgestanden bin und meine Tapferkeit und Entschlossenheit gezeigt habe, selbst in den dunkelsten Momenten. Es lebe Albanien und das albanische Volk. Wir werden immer für unsere Freiheit kämpfen und uns niemals unterkriegen lassen. Wir werden immer für unsere Freiheit kämpfen. Wir werden immer für die 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 Freiheit kämpfen. Vielen Dank.